Das ist geflössene Rindfleisch. Du musst nachfragen, du weißt es nicht. Das ist viel zu viel Arbeit. Meine Mutter und meine Nichte sind ewig gestanden. Ewig, danke. Sie sind sehr staubig. Sie sind mit den Kindern und alles Chaos. Nuhe hat gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Nichte ein Festessen für uns auf den Tisch gezaubert. Der arbeitet ja den Vater im Internetcafé. Ja, der muss Dinge sein. Er hat neue Arbeit. Nuhe's Katzen sind natürlich auch neugierig, was da heute los ist. Wenn wir Menschen schon so toll verpflegt werden, sollen natürlich auch die Katzen nicht zu kurz kommen. Nach dem Essen überreichen wir noch unsere mitgebrachten Geschenke und kehren dann mit vollem Bauch zurück in unser Hotel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017